Ein Licht, das nett ist, macht sich Licht und Licht. Ein Licht, das nett ist, das ist geliebt. Heute noch fällt das Urteil, dann ist die Schuld an der Halsbandappellet, nach langer Belatung geklärt. Aber dieses Gericht, die Gekönige nicht, es sind Lichter von Adel. Der Kardinal Boa ist einer der ihr, den Offen sind nicht einer Frau. Der ist alle gelübt und vörtlich betrübt. Festschie zieht auf ständig Schmuck und fragt nicht nach dem Preis. Dies wäre nicht der erste Kopf, von dem ihr Mann nichts weiß. Auch wenn sie laut Verleumdung schliebt, der Vorwurf trifft am Ende sie. Ein Licht, das nett ist, macht sich Licht und Licht. Ein Licht, das nett ist, das ist geliebt. So ist es. Die Gerechtigkeit hat gesiegt. Die Schande fällt auf die Verleumderin zurück. Ich bin das unschuldige Opfer einer bösachtigen Führung. Das hat das Parlament durch seinen Freispruch bestätigt. Die hat man geschuld, ob fast ein Ausgabe der Nohr. Die hat man geschuld, ob fast ein Ausgabe der Nohr. Die einzige Schuld, die sie trifft, ist, dass sie hier so ähnlich ist. Seht um, seht um. Und schuldig. Aber es hat uns gemäß die Antwegerin verurteilt. Auch sie fällt dem Vorwurf der Verlandung zurück. Auf ihn, auf ihn! Dieser Astroger stirbt, kann es mir geben. Und die Jansi hat unser König zum Arbeiten gekauft. Das ist eine schlechte Nation! Ja, die Ruhe nach oben! Jansi davon! Jansi davon! Jansi davon! Komm, wir sind hier feiert! Es ist nicht richtig. Was? Man hat mich freigesprochen. Freut sich das denn nicht? Mutter, ich danke Gott, dass du so losgegangen bist. Dieses Mann hat sie verloren, er ist Sacherin. Freut sich darüber, Marieta, aber verleihen wir sie nicht. Niemand war es besser, als dass sie das Hals über mich gekauft hat. Verteidigst du? Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Hast du vergessen, wie die Arme mal an La Pache starben? Dein Haus macht nichts besser! Ich habe eine Prämsten-Sat anlässt. Komm, La Pache! Hör auf, mich wie ein Kind zu behandeln. Korb sieшь auf, mich wie ein Kind zu erzähler. Vielen Dank.